Liebe Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen, ihr habt vier Jahre gemeinsam verbracht, sehr viel gelernt und oft gelacht. Ohne ein Wort Deutsch kamt ihr hierher. Jetzt fehlt Deutsch euch nicht mehr schwer. Nun sind die Grundschuljahre vorbei. Vielleicht etwas traurig, doch auch sehr gespannt. Geben wir uns zum Abschied die Hand. Doch bevor wir auseinander gehen, sagen wir Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen. Die Zeit mit dir war wunderschön. Ich bin stolz auf jeden von euch und macht so weiter mit Deutsch. Ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß in der Mittelstufe. Eure Schulleiterin Aysenow, Jus. Ich Licze. Ich bin stolz auf jeden Fall. Ich bin stolz auf jeden Fall. und backe euch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020